von Herrn Schütt gezogen Arco Junior Arco 3 aus dieser Volkssucht Franz Peter Schütt hier mit Hans-Dieter Dreher vom Ansatz muss ich jetzt schon sagen ist er der Zeit von Edwin Smith die sind 52 Sekunden schon na er geht in etwas weiteren Weg hinten rum um weiterhin auf Nummer sicher zu gehen jetzt bei 35, 36 Sekunden so Voraussetzung für jetzt nach dem letzten fast 10 Sekunden Zeit und 52, 82 Sekunden das war die Zeit von Edwin Smith mit der lag er in Führung da muss ich leider schon in Vergangenheit reden denn Führungswechsel erzielt Hans-Dieter mit seinem Arco Junior er hat alles richtig gemacht hat sich nicht hinreißen lassen vielleicht noch schneller zu reiten und wie die anderen jetzt bin ich schon wieder auf den Franzosen rum ähm wie zum Beispiel ein Julien der unglaublich schnell mit 43 Sekunden Jede